hallo liebe nerds und nerdinnen und willkommen zu einem nerds gezockt kingdom und castles erstmal vielen dank dafür dass wir ein key bekommen haben recht vielen dank also es ist ein spiel ein kleines wuse spielt hier ein aufbauen und siedler verwalten also dorfbewohner kostet 10 euro und seit dem 20 juli auf steam erhält sich also sehr schön sehr kleines spielchen einmal kurz fünf minuten reingeguckt ja jetzt sagen wir fangen an ich guck mal lange wir machen sie einmal wird das wenn auf jeden fall die karte ich brauche auf jeden fall holz und stein in der nähe ob das hier ist stein hier wäre gut aber hier ist so wenig holz hier vielleicht an wenig stein immer noch angegriffen wie ich weiß deswegen die gute position von anfang an aber wer weiß wo vielleicht das kein stein oder doch da ist stein nein alles und holz noch ein banner aussuchen das gut der anzeigen ok damit sind wir schon drinnen man kann richtig schön weit raus zu mal gut ok irgendwie muss ich jetzt einmal zuerst müssen wir die ob man er können wir drehen brauchen wir auch noch nicht zu viel holz weg machen nein dran nein wie geht's doch auch was die box nein ha 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 ok jetzt wird jetzt mal unsere book gebaut und so und so richtig schön weit sehr schön das ist einer unserer tollen dorfbewohner ich sehe nicht so unterrichtig aber ist wie muss ich immer gut aussehen Ich brauche mal ein paar eine Straße. Das sind die Häuser, ne? Stopp, 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 holz hier weg. Wir sagen euch nur, wie ist gerade euer König recht? GTA haben wir halt noch nicht. Häuser brauchen. Hab ich sie. Gostletown, Estrasse. So, kommen wir noch hier. Dreht sie auch automatisch. Krase, bauen wir gleich mal drei Häuser. Oh, schon Winter. Aber, ich befreie mir jetzt die Schale. Happiness ist nur auf 62 und nur noch auf 60. Uiuiuiui. Okay, jetzt brauchen wir wahrscheinlich mal ein bisschen Essen. Gut. Ah, sehr grün. Bildern. Wahrscheinlich auch eine Straße. Hier nebenbei kommt noch ein grünes Feld zum Vorschein. Können wir da auch noch ein Feld hinsetzen. Okay, wir haben Heuschen. Hier können wir Blücke bauen. Sind wir gerade dabei. Irgendwas ist down. Hier passt wunderbar. Down. Und trocken wir das hier auch noch weg. Guck dir das an. Guck dir das an. Noch mehr. An der Farm. Los, komm, mach den Baum da weg. Boah. Anzoom. Da sind die kleinen Dörfbeweg. Wer haben die denn da rum? Das ist sehr lustig. 12. 12. 2. Ja. Holz. Stein sammeln. Gut. Lass erstmal ein Ball laufen. Die zwei Arbeiten hier. Ein paar Sachen gibt's noch. Bauern bauen. Reinigungsanlagen. Stein. Wir haben 18 Monate. Platz für 10 Leute haben wir. Happiness ist auch schon ein bisschen höher. Essen. Um. In plus 4 Fuß. Ah. Ja. Dann haben wir nichts zu tun. Wer jetzt. Wie anfangen. So. Oh. Oh. Gestein abbauen. Und nämlich auch. Hm. Stellen hier. Muss sich nicht so langweilen. Hier können wir Shark hole. Ah cool. Ja. Wir haben schon 10 Bewoner. Ja. Wer arbeiten denn hier. Drei von vier. Aha. Ah. Ich wäsche euch ja alle verhungern hier. Hahaha. Inzümerung. Ich werde dann schon mal Nahrung gebaut. auf jeden Fall mehr Nahrung anscheinend. Und mehr Häuser damit. Einwohner. Nein. Muss mit der Klasse. Hinten nochmal raus. Da noch ein Feld machen. Keine haben wir auch schon 5. Auf. Sehr gut. Nochmal zwei Stein. Nochmal zwei Stein. Eisenmine. Ok. Und das ist auch Eisen. Wir haben hier so Eisen. Schauen wir auf Foodstorn. Der ist aber groß. lautubot ist. war. Idel. Alteroupot ist. Drei. Tränen wir auf. Bei. Drei. 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 kurz diesen damit die meine push kommen mir der kleines lustig hoff ich mal zu mir auf ihr hört was ausgleich endlich platz für 250 nahrung 28 also die holz Steine. Da habe ich auch noch Steine. Okay, wir haben schon zwei neue Einwohner. So langsam halten wir es noch mit dem Essen über Wasser. Oh, der Deckel geht auf. Wie geil. Jetzt willst du das nur nicht direkt da drüber, sondern mal ein bisschen daneben. Dann könnte man wieder reingucken. Das ist nicht so viel, Leute. Das sieht aus, wenn wir noch einen Graben bauen. Kann man ein Happiness steigen. Haus für zwölf. Noch ein Haus für zwanzig. Kann ja richtig groß werden hier. Tal. Windmeer. Bills. das shoppen jetzt den einwohner haben wir schon die so eine 8 nahrung immer sagen wir wieder gelagert die nahrung ja trotzdem hier ein warte ist doch nicht da ja doch hier ja hier langer haus das ist noch ein bisschen holzkohlen ganz gut hin gut vielleicht was hier pflanzen hat er ein bisschen größer welt haben und übernommen 20 wird auch mal was machen können aber es regnet sogar das ist unserer ernte ganz gut bei natur da ist die mauer könnten wir dann hier so ziehen haben wir die ecke hier erst mal zugemacht keine sache noch abbreisen wir irgendwo irgendwann mal viel farmland haben richtig schön dunkelgrüten felder hier ganz viele felder hin ja noch mal ein extra mauer drum eigenem lagerhaus ich brauche euch arbeiter mal da holzacken ein kümmerle weiter sammeln wenn wir doch mal ein bisschen geben wir jetzt um drei arbeiter ich sage mit der nahrung halten wir uns so gerade eben und noch ein haus bauen haus 20 und sich mannig ja ein bruch aber erst mal sollte es so reichen so reichen mal ein stockpile bauen klein hin hole ich eine straße und naja safti mann safti also müssen die felder an hast du Ich bin hier einfach in der Pumpe rum. Also Häuser müssen auf jeden Fall an dicht. Okay, läuft ja. Bei 18. Nein. Mauerlang bauen, so gucken wir mal ein bisschen was weg. Der hat wohl gerade eine Langeweile. Dracula 3. Brian, 19 Jahre. Der wunderbar. Karschel. Fünfzehn Stein. Oh. Brauchen wir noch. Oh nein, Drache greift an. Verdammt. Brauchen wir noch ein Gold für. Hau ab, du blöder Drache. Hau ab. 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 Nein, komm nicht wieder zurück. Hier ist nichts. Nein, hier gibt es keine Leckerchen. Hau ab. Sehr gut. Neun Jahre. Niemand ist gegessen worden. Hau ab. 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 Generaliselst. Hau ab. Hau ab. Hau ab. ��perne. Da brauchen wir mal eine Taverne. Heute munter. Futter machen wir gerade plus. Gut. Hier haben wir schon sechs Stück. Hinten können wir noch eine ganze Reihe setzen. Können noch welche hin. Direkt in seinem Raum. Haben wir jetzt einiges. Ausbauen können. Silberhaus. Die Litsche Anzahl auf 25 erhöhen. Gut, hier die dunkle Grünfelder, die geben zehn Nahrung. Was. Weg. Dann gibt es auch noch die Dimmig. Eisenmine. Das Feld am besten wegreißen. Da baue ich noch woanders. Dann können wir hier so lang. Schön ausarbeiten. Das Haus weg. Das Haus weg. Geht zu. Dann lassen wir hier ja wieder laufen. Ah, das ist wieder regen. Gold, 25 Gold. Und zwar. Die Sonderanlagen kosten Gold. Hier. A2. A2. Die müssen wir bauen. Steuern sammeln. Da ist wir bauen. Steine. Nicht so happy. Warte. Ich habe keine Nachbarn. Keine. Aber wir wollen schon Nachbarn. Seid vor, dass ihr keine Nachbarn habt. Nachbarn. Nachbarn, woher jetzt kommt. Sand fällt. Weg. Ihr Nachbarn. Ah. Nein. Was. Deine. Quatsch. Kommen wir. Dann wollen wir auch nach. Was. Ich bin da. Was. Was. Ich bin da. Ich bin da. Ja. So. Und dann. Es gibt keine Nachbarn. Die Nachbarn sind direkt gegenüber. Nur über die Straße gehen. Den Baum da auch nochmal weg bitte. Nette Taverne, wo ihr sitzen könnt. Da arbeiten auch schon vier Leute dran. Ja. Happyness ist auch 85, alles gut. Größeres Brunhaus hin. Das ist ein kleines Dorf. Gleich habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Ah, ich glaube. 15 Stone pro Jahr. Ein paar Jahre bis wir 50. Ja. Also Mine braucht Stein. Nein, wir sammeln gerade Stein. Stein noch nein. Stein braucht Stein. Ich bin da hin. Ich bin da hin. Hallo. Wie viele Bäcker. Man muss beides bauen. Ach Stein verdammt. stein wenn er noch nach oben das ist für häusern also bis zentral neben der Taverne der Dorfbewohner Wir brauchen mehr, mehr Einwohner viel mehr Einwohner Haben wir es bald? Steine fehlen noch Ja, können wir dann eigentlich Feuerhäuschen bauen Steuern, Steuern Hier alle in der Taverne Für ungefähr 8 Happiness im Radius Die verbraucht 10 Foodprojekte Boah Okay Kommen wir essen Gebäude außer Betrieb sind Grau, das ist gut Wir haben einen, der glaube ich nichts zu tun Darum Das ist der Ari Ottley Der hilft jetzt beim Tragen Ach nee, der holt sich was zu essen Ach nee, der Brauchen wir es jetzt aus dem Foodstore Verstehe ich Ja egal, mach du mal Er sucht sich Beschäftigung Was können wir denn noch für uns tun Was können wir denn noch für uns tun Er hat schon unser Taxhaus bauen Ach nee Wo ist das Wo ist das Oh haha, die Burg brennt Was Leute Es schmal im Brastl Mach mal Kastl Mach mal Kastl Mach mal Kastl brennt Am Feld brennt Vielleicht brennt eure Taverne Jungs Ihr müsst euch beeilen Was macht ihr da links in der Ecke hier Nicht rumhampeln Wasser holen Aha, okay Mal drauf brennt nieder Oha Oha Rettet die Taverne Ich glaube ich hätte jetzt mitten im Land gebaut hier Dann hätten die Arsch weit rennen müssen Und da ist die Taverne niedergebrannt Hättet euch ruhig mal um eure Taverne kümmern können, ne Ihr Gangster Das ist jetzt mal neue Häuser Ja Mein Gott, ich hab mich niederbrennen lassen Seid ihr Deppen Geht das auch gar nicht Jungs, Mädels Du wirst doch besser aufpassen Die Arbeit jetzt, die extra Arbeit die ich wegen euch hab, muss ich steuern eintreiben, tut mir leid Ach, Jungs, Jungen Und Mädels Was macht ihr nur? Könnt ich die ganze Gegend niederbrennen lassen? Dann brauchen wir einen Brunnen Dann brauchen wir einen Brunnen Nächstes müssen wir mal einen Brunnen bauen Den Stein Haben wir bald dann Das haben wir schon wieder genügend Betten Da haben wir sogar 5 mehr Bilder Taverne neu bauen Happiness wieder happy zu machen Ein Gold Ein Gold Tausend Gold sammeln Ich will jetzt ein Gold von euch Da seid ihr selber schuld Hättet ihr meine Stadt nicht niederbrennen lassen Dann gibt es keine Steuern Jetzt muss ich Bayern nehmen Okay, wir haben 4, die nichts Okay, wir haben 4, die nichts Na, da seid ihr wahrscheinlich Fragen helfen My home is my castle Unser Stockpoint Ah nein, unser Foodlager ist auch noch abgebrannt Die Doofnüsse Die Doofnüsse Die Doofnüsse Jetzt wissen wir mal wieviel Wasser man hier Da ist einfach nur der Bereich in dem Wasser zu machen Da ist einfach nur der Bereich in dem Wasser zu machen Ah So haben wir die ganze St Für den zentralen Brunnen okay wir stein sammeln taverne den ja das geht ja bauen wir noch ein haus passt hier oben da hin bist du da zemo ist nicht schön geworden bisher aber immerhin von 11 volt oder das happening ende ist ihr wollt nicht taverne dann sammeln mal stein fünf stück brauchen wir noch drei stück wasser in der stadt in preußen kreuz mir wieder mal die stadt abbrennen also denkt dann leute baut den brunnen früher nicht so spät wie ich nach dem feuer bringt nichts mehr wir haben vier die sich langweilen ob wir was bauen lassen können ich brauche mir mal ein großes was erst danach bauen wir dann die caverne das wird mehr futterbaum dann finde ich mal so ein feld wo ich auch baumplantage setzen kann so und jeder was und jeder arbeitet witzig haben wir schon vielleicht noch nicht gleich shoppen erst mal alles weg oh ja das wurde die nahrung dann nicht mal sind die buch wenig zu ein lagerhaus für lebensmittel der sechs futter drin 73 nahrung für den winter die nahrung hier draußen verkauft nicht ich bringe sie mal was hier rein hochvoll hier 17 jahre bauen wir schon das ist alles was wir erreicht haben wo sie wohl einmal fast niedergebrannt kommt jetzt bekommt ihr eure taverne zurück 40 von 52 erhebten einziehen die leute wegen die taverne hier den laden dicht bei arbeitern sehr schön sehr kleines nettes spielchen für 10 euro auf jeden fall man hat Bock steht mir an drachen er zum glück nur wo er ihn weg geht es wirklich ist und mal geguckt und ein essensplan vor wir haben drei die sich lang das wollen wir doch nicht woher ist das boah was das guck mal so ein kurg ding Das hier brauchen wir zuerst 75, nein um 5 Volt dauernd. Ich bin ja noch für die Natur, Parkplatz für. Fastartföser mit drin. aus sechs leute die nichts zu tun nochmal mit eisen an wir machen hier auf die nur uns erstmal nein rein es ist hier die ecke frei lassen Nein, da nicht, doch, es doch geht, dann kann ich dir die Mine. Ich koste 10 Steine, hmmm, da ta 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 ta. Ja, das ist gut. Wasser ab. Marktplatz. Tor. Da drauf setzen. Ein bisschen Verteidigung haben. Essen läuft ganz gut. Stein. Verlänglich zwei. Wir haben niemanden, der ein Licht abnimmt. Jetzt habe ich da sechs, die nicht. Hier raus sind es noch. Ei, haben wir noch. Freie Arbeitslose. Festivalsveranstalt. Dann bauen wir das Ding. Aber musst du die mal ausprobieren. Ja, kein Festival hier. Holz. Oh, mehr Einwohner. Okay. 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 Ich gehe bitte. Ich schläge wieder nirgends wo der Blitz ein und brennt wieder. Diesmal haben wir ja einen Brunnen gebaut. Und. 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 ich habe schon hier der karte aus ob ich so holz haben wir noch das mal alles zugebaut ist dann auf das wo eine besonders grüne ecke winter ist coming ob mein haus hier drei von vier bilder sind wir haben nicht so viele arbeiten so alle erarbeit erries parks 29 er hat sein leben hinter sich ein bisschen leider war ja nicht so dann aber es macht nichts werden schon neue nachkommen jetzt platz für 59 das sollte erst mal reichen können bis zu fünf arbeiter ran steuereintreiber schreibt die steuern ein auch schon 55 aber 75 und 75 ein bisschen schneller warten wir mal ab bis alle aufträge erledigt sind immer noch heute freie arbeiter haben oder keine weil zum stockpile laufen noch ja einsam stein 2 ein wer hat mich gerne ein steinbruch jeder voll drauf zwei leute die auch mit 46 pro sekunden ach die kosten 4 gold pro jahr aber meine lernt nicht aus für drei freie arbeiter ein schmied bauen aber und reparieren wir haben bald genug sein bald gold dann eher was für Stadt Kirche Library kostet 30 Bollen Den können wir auch abbauen Brutte? Brutte? Nein Ohne Windmühle und Bäcker hätte ich auch gerne Hier ist ein Markt Alle bestimmt wieder monatlich Ah, nein Alle können jetzt alles, so ziemlich alles bauen Brauchen wir den Orister Halt Hier So rein Weg Macht deutlich nix Weil wir sind dabei Das wir immer brauchen können Oh Oh So, hier jetzt der Typ hier hin, Straße, 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 ah, Zweller, der Klaus, er wohnt hier ganz alleine in der Pampa. Eisenmine. Windmine. Wie denn gut hier? Da fällt da drum rum sein oder was ist da? Wer hier unten was kann? Halt auch Nahrung anbauen. Wer baut die dramatische Nahrung an? So. 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 ist offen aber egal wenn das nütz gezockt eine stunde erreicht wer sehen wollte wie sie haben bescheid sein die teile zu machen ab nächsten monat mehr zeit wahrscheinlich gehört dass die sachen dann kommen dann bedanke ich mich hoffe ich werde euch ein bisschen vermitteln das ist sehr lustig war es für zehn euro macht man da nichts verkehrt ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal macht es gut und wie immer tüttelöööööö